Frau Gräfin, wenn ich es jetzt wagen dürfte, euer Gnaden, Gnade in Anspruch zu nehmen, so würd ich... Was seh ich mir aus den Augen? Diese Kühnheit geht zu weit, diese Kühnheit geht zu weit, soll ich gewachen, doch wenn es noch ein hat die Gehärmme an Herrschensbreit. Diesen Mann, so zu beleidigen, ich bin starr. Dieser Mann ist nicht zu verteidigen, hören Sie mich ruhig an, hören Sie mich ruhig an. Er ist ein Wildtip, oh ich bitte, wie ein Wildtip. Darum eben finde ein Exempel statt, darum finde ein Exempel statt. Jeder Mensch in seinem Leben mal den Bock geschossen hat. Und mir gestand er frei, dass er Schulmeister sei, dass er Schulmeister sei. Das ist ihr Haus, das bin ich auch. Und wichtig und gehört. Das ist es ja, das ist es ja. Und Gnade begehrt. Nein, nein, es soll ihm nicht gelingen, sich Gnade zu erzwingen. Drum möge strenge Walten. Mein Wort, ich will es halten. Mein Wort, ich will es halten. Meine Weisheit ist am Ende. Helfen muss nur der Studenten, denn es scheint bei dem Prozess, hilft mir nichts, er so vor kreis. Denn es scheint bei dem Prozess, hilft mir nichts, er so vor kreis. Stundende, herauf, Stundende, herauf. Denn kann der sein Herz nicht rühren, darf ich getrost das Bündel schnüren. Vor dich will ich treibere Hölle, vor dich will ich treibere Hölle, für das Bündel schnüren. Für das Bündel schnüren, mir das Jagen nicht stören, für das Jagen nicht stören, deine Fieberung schnüren, deine Fieberung schnüren. Ich höre das Jagen nicht stören, deine Fieberung schnüren. Deine Fieberung schnüren. Deine Fieberung schnüren. Deine Fieberung schnüren. Ich höre, dass hier oben sich ein Streit erhoben. Man rief aus jenem Fenster, was konnte ich nicht verstehen. Man rief aus jenem Fenster, Herr, was fällt Ihnen ein? Sie träumten wohl, Gespenster, ich träumte wachend, ja, ich bin es eingesteht von Wünschen, die vielleicht nie in Erfüllung gehen. Von Wünschen, die vielleicht nie in Erfüllung gehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018